Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Bashi, du musst ja auswählen. Bashi! Operator! Bok! Das ist bereichsicher. Master blinzt dabei. So, ich hab richtig, richtig Bock. Ich hab richtig Bock. Ich hab richtig Bock! Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Ich hätte mal wieder eine gute Runde gerne, also von mir. Und nicht immer so viel sterbe. Die schießen sich schon wieder gegenseitig ab, oder? Ja, ich hab eben auch irgendwie... Die sind auf jeden Fall hier oben irgendwo. Ganz oben? Gute Arbeit! Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ein bisschen. Nooo... Gar, schade. Zehn Sekunden bis Einsatz. Oh, Alex! Der hat die... Der hat die noch gesucht, ey! Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Der ist weg! Der ist weg! Achtet auf die Fenster! Ich musste da erstmal voll aimen für. Machst du die Beine auf? Ich komm nicht ran! Ich komm nicht ran! Ich hab sie! Achst du kurze Arme! Ich schieß mal ein Fenster auf! Keine Sorge Watzel, da kannst du eh nichts mehr anfangen mit dem Fenster. Jaja, alles gut. Ich muss da... Ich muss irgendwie komplett um zu erstmal. Ahem! Monsieur! Äh... Hier kannst du! Streusprengsatz eingesetzt! Bomb! Au! Da schreit schon einer! Einen hab ich angeschossen! Ah, jetzt hätte ich noch einer angeschossen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, nein! Scheiße! Oh nein! Ah, ich bin tot! Ach, das ist ja auch wieder ein ganzer Clan, ne? Da hättest du nicht so doof einfach drauf. Für die Tageszeiten schaff ich nicht so viel rechnen. Wie liegt da? Uh, uh, uh! Was ist denn los? Alex, gehst du mal rein bitte! Danke! Ich fahr mal hin mit meiner Drohne rum, oder? Ne, ich fahr! Drohne wurde eingesetzt! Äh... Äh... Okay, egal! Da ist auf jeden Fall direkt einer drin! Ja, bitte! Ich fahr dir raus! Wo denn? Nein, der hat mich gekriegt! Geh mal weg! Wo war der denn, Alex? Hinter dem Schild! Ähm... Baschi, da kommt einer auf der Etage unter dir und schleicht sich lang! Don Schleck auf deiner Höhe! Wo denn? Weil ich markier ein! Ah... Da kommt einer raus! Ah... Ich hab grad nachgeladen in dem Moment! Okay, geht runter und gleich wieder hoch! Er hat das gehört, dass ich nachgeladen hab! Ja! Da kommt noch einer! Oh! Vorsicht, da hinten ist einer hinterm Schild! Wenn du durchs Fenster reinguckst, ähm... Da liegt nämlich mein Leiche auf! Ja, ja! Ja, ja! Ja, dahinter! 15 Sekunden übrig! Oh, nice! Du hast eigener Druck getötet! Ja, aber ist den letzten Augenblick noch! Da war gar keiner hinterm Schild! Nicht mehr! Ich bin sicher angelogen! Egal, wer sind wir? Die Schleckis! Was sind wir? Klarkiller! Wann sind wir das? Morgen! Manchmal! Manchmal! Einen guten Tag! Maxi-Faxi! Spielt auch mit! Den Raum verbarrikadieren! Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schütten! Maxi-Faxi! Ich könnte die Westen nicht mehr hinlegen! Ja, er tut einfach nichts, der Vollraum! Verstärkungen sind angebracht! Ein Schild wird errichtet! Ach, ich hätte doch Kerstin! Es bleiben 10 Sekunden! Nein! 5 Sekunden noch! Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht gefunden! Sie versuchen während des Angriffs aufzuspüren! Nein! Meine Fresse! Hier geht schon was auf! Ich habe was aufgemacht! Kann der mal aufhören, die Türen hier kaputt zuzumachen? Ich muss hier auch irgendwie wieder rauskommen! Der Typ kommt mir jetzt schon auf die Eier! Ich reiß die Tür wieder ein! Sorry, ne? Der hat die wieder zugemacht! Knall den gleich ab! Ich reiß sie wieder ein! Ich spiele das Spiel so lange, bis er es leert! Oha, da haben die schon ne Wand aufgemacht! Heftig! Bei euch oben! Er hat hier schon wieder den Türen zugemacht! Alter, ich würde mich verarschen! Okay, knall ihn ab! Ich habe ein Loch reingehauen! Warte noch, warte noch! Aus Protest! Drohne ist hier durchgefahren! Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter aufgespürt! Da kommen sie! Oh, Junge! Ey! Verpiss dich! Entschuldigung, wenn ich hier einmal so flittig werde, aber der nervt! Nein! Was rauskommt! Da ungefähr! Hier kommen sie! Ich habe ihn da noch hängen sehen! Ja, habe ihn ganz kurz auch gesehen! Die hauen da schon Stacheldraht kaputt! ... Sehr schnell! Sehr schön! Sehr schön! Die machen da alle Fenster kaputt gerade! Oh, okay! Was ist denn da? Oh! Alex, der Raum gegenüber von der Treppe, da steht einer drinnen. Warte, ich höre gerade ein. Achso, ich weiß nicht, ja. Genau links neben mir läuft einer. Der kommt hinter mir. Der ist der verbleibende Gegner. Hast du? Ja. Der letzte muss draußen am Fenster sein, irgendwo. Der bleibt auf Pusi dort, oder? Ok, oben auf dem Dach. Ich seh absolut nix. Meine Assisten sind in Position! Ach, wie geil! Der ist bestimmt beim Dodge runtergefallen. Ach, wie geil, ey. Das war aufregend, oder? Das war geil, Alter. Da hab ich ihn richtig unter Druck gesetzt. Schleck, 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 schleck. Ey, dieser Maxi-Faxi, ne? Der mit seiner Scheiß-Tür. Das war richtig nervig. Und dann hab ich in der Ecke gestanden, und der hat sich die ganze Zeit immer vor mich gedrängelt. Und so hat mir die Sicht versperrt. Alter, bleib auf deiner Seite! Ich mach das hier schon! Den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisieren. Versehen. Ja, und so mach ich das nur bei Alex. Ja, aber ich meine, äh, ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, der Typ, der hat gesehen, ich hab die Tür dreimal aufgefressen, ne? Und der war gut für älter. Der wollte die Punkte haben. Äh, glaub einfach, der wollte sich da auf keine Ecke setzen. Aber Lars? Ja. Das letzte. Ja. Weil ich ja die ganze Zeit damit beschäftigte Türen einzureißen. Dann hab ich ja die Ahnung, weil ich mich da war. Ich員-Gefahrgutbehälter. Ich war dann schonmal los, ne? Bis morgen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja ich fahrt nochmal in der Kirche. 20 Sekunden ab. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälter. Das ist dann ausgekommen. Blirken bei Reise. ich habe ich lass mal lieber die Kamera dahinten ich habe fast auch die Dinge ins Geschossen ja ich mache die Kamera weg die Elschladung brauchst du nicht für die Tür da ich lass mal hier Maxi Faxi vorgehen Maxi Faxi 1 ist sowieso der beste Name hier aber Hauke die ganze Holzwände sind nicht verstärkt die kannst du aufschießen ja mach ich jetzt mal aber nicht von hier hier ja doch ich komm doch schon Achtung Explosion den Holzwahl soll ich Bust the Woodwall Bastens ich schieße mal die Tür da hinter auf da ist einer da ist einer ne der du sollst die andere Wand da noch kaputt machen genau Feindpositionen ausfällig gemacht er hat geschossen aah kack der ist fast tot der Jäger den meintest du bestimmt achso den den Vorsicht da hinten in der Ecke ich glaube Alex hat ihn gefunden was denn alles gut Alex das ist sehr gut gemacht der Maxi ist auch tot Maxi ist auch tot Sprengladung aktiv Sprengladung aktiv da hier hinten ist der Sprengladung Sprengladung erfolgreich gut ja hier liegt einer schön dass er sich noch mit seiner Schotter verraten hat vorher naja den hatte ich vorher schon mit der Drohne gesehen das war der den ich eben auch gemeint habe so kann das weitergehen das war sehr gut zuviel zum Thema Clan und Skill und bla auch Maxi Faxi hat mit seinen Pappmännchen Qualitäten dazu beigetragen dass wir die Gegner finden er hat nur Kills er hat nur Punkte gemacht weil er irgendwie die ganze Zeit Türen aufhaut den Raum verbarrikadieren wir müssen den Bio-Gefahr und Behälter wenn das dann eine einzige Qualität ist das war er nicht mit der Qualität stand ich davon im Weg nicht ne das war eine Quantität hast recht die Drohne der Gegner hat Bio-Gefahr und Behälter lokalisiert würde er seinen Körper nicht zur Verfügung stellen damit er die Flugrichtung der Gegner nicht zu kugeln sehen kann er hatte ja eben mal was reden so vor dem Flugzeug er hat gesagt welche Rettung wir uns fängen sollen was obvies war ja jemand schlecht verteidigt ne 10 Sekunden Gerät wurde passieren da Strom drauf 5 Sekunden noch Schlimmste wär wenn der Maxi-Faxi äh Kassel kommt oh mein Gott ey ok wir wären jetzt nie wieder rausgekommen wir wären jetzt nie wieder die Sonne gesehen das ist richtig ach komm schon echt jetzt so geht doch wir sind viele gesichtet mal mitten rein gucken was passiert warum macht er das jetzt zu warum ist das alles vom Schacheldraht ist er schluss? unglaublich unglaublich so hirnrissig ist jemand an den Kameras? ja ne? ja allerdings aber sieht man aber nichts aus ist ja auch schwarz-weiß ist nicht so schön aber wo fused ist oder? warum ist das? Faxi-Faxi hat glaube ich einen aufs Korn genommen ja ich warte mal ab was ich dazu na jetzt hat's gefused da ist einer im Nebenraum drinne ok da hat keine Enkel da hat gerade einer durch die Wand geglitscht ein Horstel ein Horstel boah wer sind jetzt da getroffen? leiste Hilfe! ja ich bin aber nein! fuck! wo? ähm seitenwand von außen? ja nebenraum ähm ja also unten euer Nebenraum da ist der zweimal sind zwei Leute angekommen der andere hängt da jetzt auch noch dran zwei habe ich gekillt Twitch Drohne kommt und zwar aus dem Keller des Nachbargebäudes vermute es Bashi das gleich als erstes merken will du hier ist alles voll mit Strom die soll ja mal reinfahren ich erdrossel mich gerade selber ah besser oh nein EMP bei mir jup Kamera ist weg so haben wir noch mehr Drohnen reicht das denn jetzt auch boah die haben doch da ist wohl jemand in meine Fernfalle gelaufen doch ein Schleck da könnten die drin sein weil da nebenan wurde ich weggeholt da hing der an dem Fenster an dem Blumen Autsch das muss weh getan oooh die hab aufgemacht behauptet die hab aufgemacht der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu sichern weiter und Zugriff auf den Bio-Gefahrgut von Schleck rechts rechts hier die Hecker an der Haupttür sind die da was das sei doch ich hab die gekillt alter Alter ey warte warte bis zum letzten ja guck mal vor allem sieht er die ja die ganze Zeit die Posi musste besser sein die musste erst aber auch bestehen so viel zum Thema Clan meine Damen und Herren da freut sich auch Maxi Faxi Mandate in irgendwas verstehe ich nicht keine Ahnung ne ebenso adios ja bitte Daumen hoch reingehauen tschüss tschüss da Mine wie marshmallow map negatBox die die der die 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 Vielen Dank.